23 die zwergenschmiede ok nicht wahr was denkst du wir haben keine zeit mehr was bleibt uns anderes übrig was sie wohl wollen was habt ihr kleine männer hier zu suchen wir brauchen eure hilfe dann kommt aus dem schatten hervor und sprecht mit uns unsere schmiede wurde von riesen überfallen wir brauchen eure armee um sie zu vertreiben entschuldigt aber im augenblick haben wir keine zeit euch zu helfen warte mit gern ist von eurer schmiede aus erreichbar natürlich unsere schmiede liegt tief unter den bergen und unsere minen ziehen sich den ganzen weg hindurch ihr helft uns also wenn ihr uns nach mitgad bringt ausgezeichnet kommt der eingang zur mine ist in dieser richtung mache eine siedlung aus wenn ich errichte sie wir können unseren stützpunkt in dieser gegend errichten die hässlichen dinge die waren gut sie fischer ich weiß schon nicht warum wir kein ajax bekommen aber ähnliche die mission sind kleiner aus als erobern sie die schmiede wie mache ich das ok das war dann ja die können holz Götthacken war, ja. Ich hab hier Wölfe, ey. Achso, die Riesen haben hier wohl das Zeitalter erreicht. Ist doch gut, oder? Dann kannst du was erforschen. Äh, Chiron. Riesen Felder. Hier ist noch ein Dorfzentrum. Beeren. Da ist noch eine Riese. Den können wir noch fertig machen. Ähm. Götter. Du siehst. Hier sind viele Bären. Ich würde gleich den die hier überschicken. Ah, er töte ihn wieder. Noch mehr Bären? Nein. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Hier gibt's noch einen Eingang. Okay. Dann gibt's erstmal zwei Durchgänge, ne? Spontanerweise. Schipen, Schipen, Schipen. Wir werden Tempel jetzt bauen. wir haben sogar drei eingänge vielleicht sogar vier wasser fische guter bohnen natürlich los welche seelbrücke sehr viele herrsinn oder es gibt und langhäuser guckt man auch wieder durch können und nicht sonst ja hier nicht lang gehen können wir dann geht hier zu schließen hier schließen und hier schließen weg zurück hier kurzen stücke vielleicht anscheinend ist hier nix gelisten erst mal für mich scheint scheint erst mal nicht so schade da liegt immer noch etwas leben am wald da das ist so dumm da 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 Ich habe nur das Bingerholz bekommen. Oh, Leute, ruhig mal rein. Ah, scheiße, hat er noch getötet. Was ist denn da? Komm mal da weg. Du bist ein scheiß Held. Zwar nicht mächtig, aber du bist ein Held. Du bist ein Held. Ein Held. Ein Held. Ein Held. Du bist ein Held. Sonst gibt es noch hier Jagdopfers und hier noch ein bisschen Bären, okay. Ich finde es gut, dass es halt einrastet. Ich finde es gut, dass es halt so weit ist. Und warte, gut, er hat die Bären hier ab. Du kannst mir mal einen Hafen bauen. Hier baut mir nochmal, ah, wobei, bräuchte ich nicht unbedingt. Aber das zerstört hier, dass wir halt mal durchrennen müssen. So ein Bären, ähm, Showpoint. Okay, mal sehen. Ich glaube, die Runde sollte eigentlich nicht so lange gehen. Aber Big Wunder ist unsicher. Ich glaube, ich glaube, es ist ein Bären. So, Vorschläge mal. Ich würde, das geht schön eigentlich. Hä? Wo muss jetzt hier hinten der Wand? Ja, die... Oh, Feuerriesen? Ah, ich muss noch kurz rüberkommen. Oh, die haben sogar ein paar Seelisten. Der Hero hat fallen. Okay, jetzt wird's grüttig. Jetzt muss ich mal kurz mal was machen. Mehr. Okay. Nur einer Riese ist noch da. Okay, zwei Riese. Riesen. Aber der hat kein Leben. Wenn man so sieht, braucht man halt, äh... Warte mal. Guck mal, wir sind erforscht mit den Schöpfen. Ach, Fische gut da hier erstmal. Mhm, sag mal. Jetzt bin ich noch Wassersee. Weil kurz hier jetzt bin ich noch Wassersee. Guck mal Amandra noch mal her. Okay. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Telbuin? Tempursweg? Tempursweg? Schepan? Nein, man gibt's ja genau jetzt mehr hier. Da muss ich auch achten. Ja, was ist denn los? Na, ich glaube, die Herzen über den Herzen zu gehen ist ja relativ... Äh, sag mal, die beste Idee. Beträgt machen, Kampfeber oder Axtwerfer. Nehmen die. In Wedge Erhöht die Regulationsgeschwindigkeit und Lebenspunkte von Workerys. Nehmen wir mal mit und wir machen mal eine. Damit können wir mindestens meine Leute heilen, wenn wir keine Heilung im Brunnen haben. Der Wolf schon wieder. Der Wolf schon wieder. Ne scheiß bei der List. Telbuin? Schepan? Schepan? Ich kann aber auf vier der Zeit, Alter, kommen. Cool. Vielleicht persönlich hat sie gesagt nicht gedacht. Gibt es eigentlich für die Griechen überhaupt einen Heiler? Ich bin mit Goldschmutter, genau. Ich bin mit Goldschmutter, genau. Ich muss mal hier unten am Marktplatz, damit ich halt ein bisschen passiv noch ein bisschen Gold bekomme. Ja, also es geht runter hier, haben wir gesehen. Ja, also es geht runter hier, haben wir gesehen. Entschuldigung. Sehen wir, erstmal ran��, klar wir haben doch den weg entschieden hier anzugreifen ok natürlich krass war ich natürlich Ja, genau. ok was war das denn jetzt für eine Aktion, Penner darf das jetzt mal eine Zwerge, ey äh, ich wollte schon mal fragen noch mehr ok, jetzt wirds kritisch hier boah, ja, der rocket jetzt auf jeden Fall alter ja 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 was ist das für eine Aktion? Alter! I hate it! Oh no! Gott, wir nösten! Okay, die Ballisten gehen wir auf den Keks Was ist das nicht möglich? Alter! Das war doch schon eine Riesenarmee! Das ist so dumm! Das ist doch einfach blöde! Ich bin ein bisschen sprachlos, muss man ehrlich sagen darüber wie viele es waren einfach mal Ja! Ja, bei der und Tür Bei der bekomme ich Belage und Kategorie Hilfe und bei Tür kriege ich Infanterie Hilfe Äh... Jonal Tür treibt Hufskarl besonders an Gebäuden größeren Schaden zu Tür bildet Hufskarl im Berserker Umgang aus und erhöht deren Angestellung und Lebenspunkte Das wird ein Stoßhub extra schon gegen Bogenschützen und Arztkämpfer Äh... Beider erweitert ihre tragbaren Rammen durch Zwergenbohr... Zwergenbohrer? Und erhöht die Geschwindigkeit Ausbildung... Beider erhöht die Geschwindigkeit von Drachenschiffen und Widerstandsfähigkeit gegen Hammerschiffe All ihre Sammler und Machine Helms verwandeln Ok, das letzte Wir versuchen mit... Ich mache nur wie eine Upgrades-Karakte Ja... Upgrades... Alter! Waaaat... Waaaat? A hero has fallen Waaaat? Waaaat? ich hab mir wirklich auf den kekse hin, ja? Fickt euch einfach mal, ihr scheiß mongos Es ist doch dumm einfach Ich bin wieder da 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 Ah, cool, ich habe noch nie gehört. A hero has fallen. A hero has fallen. A hero has fallen. I will. Something. I will. Something. How is that? Skip. Was? Something. was zur hölle ist das ich mache nur ein versuch es ist wie man das am besten ja ja diese hässlichen dinger werfen mit felsen ich muss halt viel auf herzellen wollen Oh Scheiße, den Holzmeer jetzt, aha. Gib mir Holz. Meer. Zu langsam. Geh. 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 Neugier. Geh. Jetzt haben wir halt noch die vergessen. Äh. Alles abgeben und dann gehtbruder. Beeren pflücken. bergwiesen tötet ihr noch fischen machte jetzt alle liegen müssen höhe ok zwergmine das da wo wir sind gold wird wird jetzt hier natürlich ja 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 Das war's für heute. Ähm, ja. Ja, also, muss ich bauen. Ich muss mich übel zimmer machen hier. So, da ich dann noch. Nee, geht mal. Äh. Er zeugt schneller Gunst. Tell Buin. Ich geh, Pan. Nachdem wir anströchern... Ich kasse euch. Äh, nachdem... Ähm. Was würd ich sagen? Ich glaub, ich war jetzt, wie ich sagen wollte. So, äh. Ähm. 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 Ja, ja! Something Hymnursveith Ja, ja! Ja, ja, ja... Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ich bin ein sehr gut. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Oh, schon wieder. Achso, meine Valkyrie ist gestorben. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Welchen Platz hier neben? Und wir wollten... Oder... Ja, ich würde das hier haben. Die greifen wir nochmal an. Weg, warte, dauert es weg. Kann ich nach unten schießen? Ah, hätte ich vorher machen können. Die Bergwiesen sind einfach viel zu zäh. Aktuell. Ähm. Ich wollte ihn abbauen. Nee, die Pestung geht jetzt nicht an. Guck mal, da kann ich runterschießen. Jetzt sind noch ein paar Wölfe unterwegs. Ja, einfach nicht runterschießen. Warte. Ich gehe mal. Warte, vorteil ist nur, dass ich noch da runter gehen kann. Mehr von euch. Äh. Fische gut da mehr. Ja. Ihr würdet als letzte Verteidigung sein mithelfen. Wozu eine Kaserne hier? Der hat mir das ja eh keiner. Ich werde mal jeden Eingang mal eben Pimpap, dass ich vorher informiert werde. Ja, da werde ich informiert. Ich will, ich will. Skippen. Something. Ja. Hver ist das? Something. Himberschreit. Hver ist das? Hver ist das? Gräutschreit. Was macht ihr denn da? Ja. Til vorerstes da. Tilbuin. Ja. 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 Greif die an. Und ihr greift die an. Fickt euch! Gereig. Skip hann. Sall. Nei. Já. Já. Grjótsveig. Skip hann. Hver er það? Grjótsveig. Skip hann? 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 Ja? Something. Telefon, something. Ich bin so, Herr Ruf. Ich bin interessiert in Kenawa, wobei er Rand ist. Okay. Hm, ja, da muss ich mal erforschen. Nein, nicht der Stoßtruck, sondern eher. Ach so, ich bin schon hier. So, du mal Zwerg, ey. Ich hab's ja eh vorher, oder? Ist ja nix mehr nützt. Für das erste Spiel jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Egal. Egal. Äh. Warte mal, ich jetzt. Da wird ein Turm. Da. Äh. Hier werden wir angreifen jetzt schon. Ah, da kommen die sogar. Ja. So. Eigentlich werden wir alle töten hier, Leute. Der ist gut. Gut. Was? Ist der Jedname angegriffen? Ja. Ja! Ja. Das zSC ein paar anläufen wenn er weniger äußer muss eigentlich weniger was produzieren können in der Turgie wir können das weiter wir können nicht das weiter Tür, ah scheiße, ich habe es später gemerkt Okay. Ja. Ja. Und drei verloren. Die Schmied muss überleben. Oh nein. Verarschen. Also, Kommando zurück. Angriff hierher. Ja, Nahrung nicht. Ich könnte den Rudel erhöhen. Ich muss hier Rudel schauen machen. Können wir versuchen. Ach, dass ich noch hier. Zur Verteidigung. Ein bisschen auf den Kekschen. Warum nicht? Fernlust findet er dort eigentlich... Okay. Verkundet die Geheimnisse in unserer Schmiede und nutzt sie gegen die Riesen. Ja, cool. Aber ich hab Hellen. Das bringt mir persönlich, glaube ich, nicht. Alle Angriffsarten erhalten. Ah, doch. Doch, was? Oh, nun mal Gunst. Ehre die Gefallenen. Ich hab kein Schiff mitbekommen. Ich hab kein Schiff mitbekommen. Ich geh, Pan. Ich hab keine Quelle sogar. Die gehen einfach vorbei. Also, weil ich jetzt... Die wollen mit meiner Basis. In der Mitte wollen die vorbei. Das ist ja geil. Der Thanos-Volk. Ich bin manchmal nervös hier. Hä? Hä? Wenn die einfach meine Basis angreifen wollen, dann kriegt der auch nichts. Den hier. Was ich vorhaben. Das darf nicht zerstört werden. Angriff von Feuerriesen. Ja. Feuerriesen, wenn wir wieder Schaden bekommen. Ich schick mal eine Valkyrie nach oben. Ja, sogar zwei. Weil wir sogar Kenedis sind. Drei Wölf hier haben wir. Letzte Upgrade. Boah, ich ne Gunst. Spielplan. Spielplan. Na gut, machen wir jetzt noch die Zwergmine hier hin. Ich glaube, dass später ich mache, dass du mehr Gold bekommst, wenn ich da raus. Spielplan. 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 Jetzt machen die ja nix mehr. Immer, wo die übrigens auf den Sack gehen. Aber jetzt machen die gar nichts mehr. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Das ist wie zwischen Tag und Nacht hier die Runde. Ja. Der Fernriss-Wolf geht mir ein bisschen auf den Keks, der hier umlatscht schon seit. Wir sind heilig für alle. Die werden hier nichts machen, dann habe ich gewonnen. Und wieder heilen, Leute. Einfach in der Lava stehen. Schön warm, weil Winter draußen ist. Heute ist auch wirklich kalt. Wie war das denn jetzt gerade? Gucken wir mal nach. Oh, ein Gott. An einen März. Ist noch alle Tonnen-Toleranz. Ich habe noch einmal so am 1. April noch gemerkt, ich war letztes Jahr, aber vorletztes Jahr, weil wir mal anfangen, so richtig viel zu schneien auf einmal. Ja. Das war, glaube ich, 2020 gewesen. Oh, 19. Wie lange haben wir jetzt Corona? Zwei oder drei Jahre? Beginnt jetzt unser zweites Jahr mit Corona oder nur drittes Jahr? Ich glaube, nur zweites Jahr beginnt das jetzt schon. Ne. Drittes Jahr. Jetzt schon. Kann man ja vorher in zwei Jahren jetzt nicht mehr sehen. Persönlich. Äh. Also. 2019 war das. Boah. Ist das lange her. Ist das lange her. Ich... Man fühlt sich einfach nur gelangweilt hier. Diese Traurige daran. Oh, bin angegriffen. Äh. Jungs. Ja. 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 Okay. Bonus schaun. Merkig. Jau, was ist denn? Wer ist denn? Wer ist denn? Wer ist denn? Ja, grau, Zwerg... Die müssen ein Ufskalmache sein... Ungefähr gewachsen... Der Zwerg... Eitri... Bleibt dafür mal tot... Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich könnte auch jetzt zacken weiter... Auch wenn er nicht eigentlich... Persönlich gesagt sinnlos ist... Jetzt weiter mit Gold und Holz zusammen, weil... Ich habe Ehe gewonnen... Skilpump... Jau... 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 Ein kleiner Troll... Jau... 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 Zum Schaden... Äh, das ist also dumm... Upgrades, alles Upgrades erforschen Leute. Upgrades. Ah, kann ich nicht. Ich brauche eine Gunst, eine Gunst. Wie hieß der? Schau ich doch, kann ich nicht machen, weil ich meine Liste voll ist. Dann machen wir einfach eine neue. Und dann machen wir hinterher noch eine Festung. Weil mir langweilig ist. Ah, guck mal, hier kein Wetter entwickeln. Yay. Die Erde bebt. Die Riesen kommen, um sich unsere Schmiede zurückzuholen. Ja, wenn du auf dem Bohnen liegst, kannst du ja ganz gut spüren den Bohnen, wahr? Ja, die Erde bebt. Ich schmecke hier noch nix. Warum muss ich überhaupt so lange überleben, wenn auf einmal Millionen von Riesen kommen? Was wollen denn die Riesen überhaupt in der scheiß Mine? Das muss ich mir erklären, warum die Riesen unbedingt in Höhlen leben wollen. So eingeengt. Können sich hier draußen noch eine riesengroße Holzhütte bauen? So wie Minecraft. Guck mal, Huskal kostet natürlich wieder ein Gold. Gibt es überhaupt eine Einheit, die kein Gold kostet? Guck mal, die Erde bebt. Wow, die Erde bebt. So viele Riesen kommen. Mhm. Oh, ich strecke mich ein bisschen und ich hab mich... Oh man, das ist ein Anstieg. Mach doch mal hin, ey. Die 7 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. Geschafft! Die Schmiede ist in Sicherheit. Ja, natürlich ist es ja jetzt. Weil auf einmal nichts kommt. Mhm. Föderung von Worten bloß. Die Schmiede gehört wieder euch. Ich glaube, ich habe genug von den Riesen. Oh, in Midgard gibt es noch viel mehr Riesen. Kommt, wir zeigen euch den Weg. Der hatte gerade einen Brunnen schwebt. Wo wir sind jetzt leitet. Wir meinen, von euch sind keine Nordmänner. Was wollt ihr in Midgard? Einer unserer Feinde ist hierher gekommen. Er sucht nach einem Eingang zur Unterwelt. Wir müssen ihn aufhalten. Die Unterwelt? Niffelheim? Also viel Glück? Dies ist Midgard. Wir müssen zu unserer Schmiede zurück. Meinst du sie finden? Wir könnten den Eingang zu Niffelheim? Wem sollen wir sonst folgen? Komm, lass uns schnell alles zusammenpacken. Klar. Doch folgen wir uns wer mit. Ah, die Hosen scheiße folgen uns doch noch. Zuerst werden wir vom Clan der Blonden überfallen und jetzt kommen diese Riesen von den Bergen herunter. Ruhe. Da kommt noch ein Riese. Was hat euch aufgehalten? Der Blonde? Karl Karpos hat länger gebraucht, die Schlucht zu erreichen, als wir gedacht hatten. Hat Loki sich um unsere Gegner gekümmert? Ja. Es gibt einen Gott, der über diese Leute wacht. Aber Loki hat die Quelle seiner Macht gefunden. Einen Hammer. Und ihn zerstört. Ohne ihn besitzt er keine Macht. Ausgezeichnet. Vielleicht muss ich dich ja gar nicht töten, Kemsid. Los gehen wir. So albern aus immer, wie die kicken einfach. Na gut. Also. Einen Hammer. Also kann das nur Tor sein. Und. Das war andere Runde. Ich denke mal aufhören. Denn heute den Tag. Ich hab. Hätte ich mehr geschafft, aber durch die dreimal Neuversuche. Also. Von den Runden davor. Also. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe euch hat die Runde trotzdem ein bisschen gefallen von, äh. Atrium Mythology. Und ich hoffe man sieht sich bald wieder. In einer neuen Runde von Atrium Mythology. Und eines meiner anderen Videos. Also Leute. Haut rein. Ciao. Ciao. Habt noch einen schönen Tag. Ich bin vor Mondstadt.